Herzlich Willkommen im Monago Shop und bei der Produktpräsentation der Emma S. Die Emma S, die Emma ist eine Filzwase und S, das ist die kleine Version der Filzwase und wir zeigen das jetzt mal kurz. Und nette Dinge, ist ein ganz tolles Ding. Wir haben hier das Geschenkset. Im Geschenkset ist eine verschlossene Sandbitterflasche dabei. Denn die Vasen von nette Dinge funktionieren so, dass ich hier eine Filzwase habe, also einen Filzüberzug und ziehe den über eine Flasche, in dem Fall eben eine kleine Flasche und die Flasche fungiert dann als die Vase. Da ist unten mein Blumenwasser drin und ich ziehe dann hier die Vase über die Flasche drüber und habe eine grüne, dunkel-anthrazitfarbene und eine graue Filzwase. Schönes Ding. Kriege ich auch so wieder raus. Den Bitter kann ich vorher trinken, wenn man sowas gerne trinkt. Ich trinke es jetzt nicht so besonders gerne, aber den kann man vorher trinken und dann hat man die schon eine kleine Flasche. Ist ein tolles Geschenkset, gerade für jemanden, der das gerne trinkt und dann schön, also passen so kleine Blümchen rein. Wunderbar. Ist wie gewohnt zertifizierter natürlicher Filz über die Herstellung und über das Material. Informieren wir gesondert in dem Video zum Hersteller nette Dinge hier auf unserer Webseite. Kann man kaufen im Onlineshop bei www.monagou.com in unserem Nachhaltigkeitskaufhaus. Danke fürs Zuschauen. Tschau.